Laut dem Statistischen Landesamt in Sachsen gab es im Jahr 2023 pro Stunde noch immer 9% Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen erzielten dabei einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 19,31 Euro. Das waren 1,94 Euro brutto pro Stunde weniger als der Durchschnittsverdienst von Männern mit 21,25 Euro. Dieser sogenannte Gender Pay Gap lag im Jahr zuvor nur bei 8%, also 1,65 Euro brutto pro Stunde. Im Bundesdurchschnitt betrug der Verdienstunterschied 2023 zwischen Frauen und Männern dagegen unverändert 18%, in Ostdeutschland 7%, in Westdeutschland einschließlich Berlin 19%, so das Landesamt. Mit Blick auf den altersspezifischen Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern ist festzustellen, dass der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen ab der Geburt des ersten Kindes nahezu stagniert, während er bei Männern mit dem Alter grundsätzlich weiter ansteigt.